Mein Name ist Wigert von Königswald. Ich bin Maria Rita Palombo. Mein Name ist Margret Bunzl-Drücke. Hans-Jürgen Müller-Beck. Und ich bin Wirbeltier-Paleontologe. Ich arbeite bei der Universität der Roma-Sapienze. Ich bin Zoologin von der Ausbildung her. Emeritus für ältere Urgeschichte und jägerische Archäologie. Und meine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Wirbeltier-Paleontologie sowohl in der Fauna des Eiszeitalters. Das ist die Frage, die uns hier interessiert. Mein Schwergewicht, eben auch an der Universität Tübingen, als ich aktiv war, ist vor allen Dingen die Archäologie aller Jägerkulturen. Populationsbiologie von Fischen und Vögeln und seit einigen Jahren auch von großen Pflanzenfressern. mit einem speziellen Affen und speziellen Affen und vor allen Dingen die Proboscidati und die Elefanten in particular. Wir haben hier in Neumarkt-Nord, haben wir einen Beleg einer Fauna um einen kleinen See. Wie wir ihn im ganzen Postglazian Neolithikum nicht haben. Neumarkt-Nord ist ein besonders gutes Beispiel, in dem wir all diese verschiedenen Aktoren, eine reiche Insektenfauna, Fischfauna und vor allen Dingen eine große Säugetierfauna auf der einen Seite und eine reiche Flora nebeneinander haben. Und damit ist eine ökologische Rekonstruktion sehr gut möglich. Für mich besonders eindrucksvoll ist der fast vollständige Fund eines Löwen oder einer Löwin. Es gibt aueroxen und viele kleinere Tiere. Es ist einfach ein wunderbares Bild, ein Fenster in die Vergangenheit wie es das nur selten gibt. Der Kampion der Elefanten von Neumarkt-Nord ist, mit der Poledrata von Cekanibbio in Italien, einer von den größten Teilen, wie es geht, 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 wie es geht. Wir haben natürlich hier die Waldelefanten, die einen sehr hohen Entwicklungsgrad haben, was ja hier in der Ausstellung dargestellt wird. Das sind hochentwickelte, warme Elefanten. Wir haben das dazugehörige gesamte System, die Löwen, die Hyänen, die Nashörner als Paralleltiere, die dann auch miteinander hier zwar noch auftreten und sich dann mit der dann folgenden Warmzeit weit ausbreiten wieder in Europa und sich dann ganz zurückziehen und dann eben verschwinden. Also wir sind am Ende einer langen Entwicklung auch der Elefanten und der Nashörner. Neumarkt-Nord war eine Seeablagerung und die genaue Altersstellung wird sehr diskutiert. Es ist auf jeden Fall ökologisch gesehen eine Warmzeit. Das heißt, wir hatten einen laubwerfenden Wald, so wie wir sie heute für mehr seit 10.000 Jahren in Mitteleuropa auch hatten. Der Waldelefant bevorzugt warmes Klima. In Eiszeiten hat sich sein Verbreitungsgebiet in Europa, in Eurasien, verkleinert. Er kam dann nur noch im Mittelmeerraum vor und hat sein nördliches Verbreitungsgebiet verloren. Wenn es wieder warm wurde, hat er sich wieder ausgebreitet. In der Kaltzeit gab es aber trotzdem Elefanten hier bei uns, denn dann haben sich die Mammuts von Nordosten in unser Gebiet hinein verbreitet. Und wenn es wieder warm wurde, haben sie diesen Teil ihres Verbreitungsgebiets verloren und quasi an den Waldelefanten abgetreten. Wenn eine Population durch Klimaeinflüsse sehr stark geschwächt ist, kann es durchaus sein, dass sie nicht mehr so viel Jungtiere produziert, um bei nächster Gelegenheit wieder neue große Areale zu erobern. Man hat Computersimulationen gemacht, wie viel Entnahmen wohl eine Mammutpopulation verkraften könnte. Man hat die Zahlen von heutigen Elefanten eingesetzt, was die Fortpflanzungsrate eingeht. Und man ist zu unglaublichen Werten gekommen für mich. Wenn man mehr als 3,7 Prozent der Population entnimmt als Jäger über die Jahre, dann stirbt die Population aus. Nicht sofort, das dauert vielleicht 100 oder 1000 Jahre, aber sie ist zum Aussterben verurteilt. Und dann gibt es auch die W contratten die Aukehäuser-2-Akneu und den Verbreitungsgrünen, der ökteren cancellations der Demografie ist wie auch die W.bruch in denаєten, dass, wie viel, seinen Überzeugung des W,bruch in denausten Böden gibt, dass, wie die Aukehäuser-2-Aquandadwachsene wurde, und wenn sie nicht mehr Erbeitungsgrüsse gibt, auf kein足. Die Gmbäude und den Ausl Italien haben, die Erbeitungsgrünen, die Aukehäuser nicht weiter verteilen, Eurasia, vor allem Eurasia, der Mensch ist einfach nur eine Konkauze, und vielleicht zwischen Konkauzen nicht die größere Einfluss im Fall der Extinzungen. Und wenn da ein neuer Faktor, ein neuer Jäger kommt, dann ist die Population natürlich viel stärker gefährdet als zur Hochzeit, wo das Verbreitungsgebiet riesig ist. So ist auch erklärbar, dass der Waldelefant während der letzten Eiszeit verschwand. Ungefähr in dem Zeitraum, ganz genau weiß man es nicht, wo die modernen Menschen hier ankamen. Cioè, sostanzialmente, il Lemiano è l'ultimo intergraciale con clima tale da poter consentire l'espansione di aeree forestate e avere una produttività anche di erbe sufficienti per sostenere popolazioni di elefanti, quali l'elefas anticus, che non è adatto a mangiare erbe in ambienti aridi, come può essere il mamutus primigenius, o anche in ambienti, diciamo, di tundra, di steppa. Sicuramente non ha una dentizione adatta a potersi alimentare in questo modo. E, conseguentemente, le popolazioni probabilmente si sono progressivamente ridotte, e questo sicuramente non favorisce una reespansione. Man muss sich eben in Erinnerung rufen, dass sich das Klima sehr häufig und auch sehr abrupt geändert hat. Und immer haben es die Elefanten überlebt. Und es gibt nur einen Klimawechsel, wo sie es nicht überlebt haben, das ist der vom Ende der letzten Eiszeit, dem Weichsel Würmenglazial, zur Jetztzeit, zum Holozehn. Und, soweit man weiß, war die Klimaänderung dort nicht anders als die Klimawandel vorher. Trotzdem sind die Elefanten verschwunden. Und dafür gibt es meiner Meinung nach nur eine Erklärung, das ist die Ausbreitung des modernen Menschen, der ja Jäger und Sammler war und durchaus auch solche großen Tiere gejagt hat. Tant'è vero che agli inizi dell'ultima fase glaciale, intorno ai 50-40 mila anni, le popolazioni di Anticus spariscono anche dall'Europa meridionale, fatto salvo forse per qualche popolazione residua, forse nella Spagna del Nord, forse in Portogallo, forse in Holanda, almeno in relazioni alle datazioni al radiocarbonio che si hanno, che li danno presenti fino intorno ai 30-32 mila anni dal presente. Also die jüngsten Waldelefanten in Europa, in Westeuropa, sind so ungefähr bis 30.000. Und da kommt eben jetzt ein entscheidender menschlicher Faktor, da sind die Waffen, die Speerspitzen sind nicht nur eingesetzt, sondern das sind Schneidkanten, wo man dann auch tatsächlich sehr effektiv durch ein dickes Fell kommt und durch wirklich auf kurze Distanz, auf 20 Meter, kann man da mit Sicherheit jede dickhäute Haut, sowohl von Nashörnern wie von Elefanten, durchschießen. Ich will auch keineswegs ausschließen, dass der Mensch hin und wieder einen Elefanten gejagt hat. In der Lage dazu war er sicherlich auf jeden Fall im Spätpalais zu zählen. Aber dieser Jagdaufwand war sehr groß. Und deswegen muss man das nicht als erste Hypothese nehmen. Allora, noi possiamo immaginare sostanzialmente tre diversi scenari. Durante le fasi fredde, le specie temperate che vivono, che sono riuscite a colonizzare o a disperdersi alle alte latitudini, trovando ambienti in cui la vegetazione viene depauperata, le condizioni climatiche non sono più idonee, si può immaginare che o spostino progressivamente il loro areale verso sud, o che riducano la loro estensione in popolazioni sempre più piccole in aree di rifugio, perché il clima non opera in maniera uniforme su tutto il territorio, o che addirittura queste popolazioni si estinguono, quindi spariscano durante le fasi le punte fredde, poi eventualmente altre successive fasi di dispersione portino alla ricolonizzazione. Die Klimahypothese sagt ja, dass die Großtiere weltweit wegen des Klimas verschwunden sind, wegen Klimaschwankungen. Die Schwierigkeit der Hypothese ist nur, man kann das gut erklären, wenn man sich einen Kontinent rauspickt, Europa oder Nordamerika, dann findet man Klimaphänomene, die erklären können, warum Arten verschwunden sind. Wenn man aber die ganze Welt betrachtet, dann ist das Verschwinden der Großtiere an verschiedenen Stellen zu verschiedenen Zeiten gewesen, teils auch sehr spät. Zum Beispiel Neuseeland, die Moas, diese Riesenvögel, die sind erst in geschichtlicher Zeit verschwunden, die Waldelefanten vor vielleicht 30, 40.000 Jahren, also ein sehr langer Zeitraum. Und es fällt aber auf allen Kontinenten und größeren Inseln immer mit dem Auftauchen des modernen Menschen zusammen. Und wenn das ein Zufall sein sollte, dann finde ich, ist das schon ein sehr merkwürdiger Zufall. Das ist ein sehr merkwürdiger Zufall. Das ist ein sehr merkwürdiger Zufall. Und das ist das, wir haben einen sehr merkwürdigen Zufall. Vielen Dank.